Wie geht die Champions League los? Ich habe schon richtig Bock. Ich habe noch nie Champions League gespielt, aber erzähl mal, wie es so ist, bitte. Ja, ich muss sagen, dass es richtig cool ist. Vor zwei Jahren haben wir auch Champions League gespielt und wir waren vor allem in Osteuropa unterwegs, viel in Osteuropa, zweimal in Baku und zweimal in Russland. Aber es ist echt cool, auch mal so eine andere Kultur kennenzulernen und auch mal andere Spielsysteme kennenzulernen. Das Verkehr ist alles ganz anders. Ja, wir werden bestimmt auch coole Erfahrungen kriegen dazu. Und was war dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war, denke ich, in der Sharena, das war gegen Baku. Da haben wir auch noch ein Spiel tatsächlich gewonnen. Ja, das war richtig cool. Es gab viele Fans und es war auch eine sehr gute Mannschaft, Baku damals. So, da waren wir richtig stolz, dass wir mal gewonnen haben. Ja, und was war dein Witzigstes? Ist noch mal was richtig Witziges passiert? Na ja, richtig witzig. Wir mussten mal auf dem Flughafen in Kazan übernachten. Da gab es so eine Spielecke für Kinder, da haben wir versucht, drauf zu schlafen. Aber da sind die Polizeimänner vom Flughafen ganz, ganz, ganz böse geworden und haben uns weggeschickt. Aber zum Glück sind wir am nächsten Tag dann doch noch in Stuttgart angekommen. Aber das war schon mal witzige Erlebnisse. Cool.